Hey, heute ich werde dir noch eine Übung zeigen, um deinen Klang zu verbessern. Hey, mein Name ist Anton Morales und ich bin Prösischer Geiger und Geigenlehrer, spezialisiert auf das Erlernen von Erwachsenen. Ich bin auch Autor des Buches Geigenlernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, ich habe dir vor zwei Tagen, vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr wann eigentlich, weil ich habe dir gezeigt, wie du immer die gleiche Kontakstelle behalten könntest beim Spielen. Aber ein anderer sehr wichtiger Faktor, das ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit von dem Bogen, während du auf die Seite streichst. So, wenn du spielst, ein sehr wichtiger Faktor ist einfach, wie schnell du mit dem Bogen auf die Seite streichst. Und erstmal, als Anfänger, du solltest wirklich versuchen, immer die gleiche Geschwindigkeit zu behalten. Aber eigentlich ist es egal, ob Anfänger oder Profi, das ist das Gleiche. Wenn man einen Don spielt, am meisten wird man immer die gleiche Geschwindigkeit behalten. Und dann nur, wenn manche Momente, möchte man, keine Ahnung, so etwas Spezielles machen, dann wird man die Geschwindigkeit ändern. Aber am meisten nicht. Am meisten wird die Geschwindigkeit von dem Bogen gleich bleiben. Was ist die Geschwindigkeit ganz genau? Also die Geschwindigkeit, das ist einfach, wie schnell du mit dem Bogen über die Seite streichst. Zum Beispiel, ich kann so spielen, sehr langsam. Doch ganz schnell. Und es ist wichtig, das zu verstehen, es hat eigentlich nur indirekt zu tun mit, wie lang dein Ton tatsächlich ist. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel ein Viertel, so mehrere Viertel mit dieser Geschwindigkeit spielen. Oder mit dieser Geschwindigkeit, so wenn du guckst, was ändert sich? Das ist, dass ich bei der zweiten Version mehr Bogen für jeden Ton benutzt habe. Und wenn du mehr Ton für jeden Ton benutzt, aber auch trotzdem das Tempo behältst, dann, was passiert, dann schreitst du mit dem Bogen einfach schneller. Also, jetzt die Frage ist, wie kannst du das benutzen? So, wie kannst du immer die gleiche Geschwindigkeit behalten? So, erstmal, das heißt, du musst den Bogen einfach richtig aufteilen, während du spielst. Es bedeutet, einfach erstmal in den Stücken analysieren, welcher Ton der länger ist. Zum Beispiel oft, das wird zum Beispiel ein halber sein oder ein ganzer Ton, so der immer zwei Schläge dauert oder vier Schläge dauert. Zum Beispiel sagen wir ein ganzes, dann es wird so klingen. Dann, was du versuchen wirst am Anfang, das ist einfach, diesen ganzen Ton, der vier Schläge dauert, über den ganzen Bogen zu spielen, wenn das der längste Ton von einem Stück ist. Dann, wenn andere Rhythmus kommen, dann du wirst den Bogen proportionell aufteilen. Das bedeutet, das ganze Ton dauert vier Schläge und du spielst über den ganzen Bogen. Dann, wenn ein halbes kommt, um die gleiche Geschwindigkeit zu behalten, da ein halbes zweimal kürzer als ein ganzer ist, was wir so machen, und du wirst nur die Hälfte von dem Bogen für den halbes benutzen. Das ist dabei egal, ob du die untere Hälfte benutzt oder die obere Hälfte oder einfach die mittlere Hälfte. Einfach eine Hälfte. Ich zeige dir zum Beispiel, wenn wir einen ganzen Ton und dann ein halbes Ton rätten, dann es würde so sein. Ich habe gerade einen ganzer Ton gespielt und ein zweihalbes Ton. Ich habe immer die gleiche Geschwindigkeit behalten, indem ich den ganzen über den ganzen Bogen gespielt habe und jeden halbes über ein halbes Bogen. Dann, wenn ein Viertel kommt, dann was solltest du machen? Genau, du solltest dem Viertel über nur ein Viertel von dem Bogen spielen, weil ein Viertel dauert nämlich viermal weniger als ein ganzes. So, du würdest dann nur ein Viertel der Bogen für jedes Viertel benutzen. Zum Beispiel, oder der zweite Viertel, oder der dritte, oder der vierte. Und dann, dein Ziel, wenn du spielst, das ist immer die gleiche Geschwindigkeit zu behalten. Dann musst du immer im Voraus wissen, für jeden Ton, wie viele Bogen du mehr nutzen wirst. Und wie du dann, irgendwie natürlich, du das machen wirst, weil es kommen immer unterschiedliche Rhythmus und dann, du musst dich gut mit dem Bogen organisieren, damit du immer die gleiche Geschwindigkeit behalten kannst. Dann, zweitens, um das gut zu schaffen, natürlich, du musst schon gut deinen Bogen gut kennen. Einfach gut auswendig, so richtig gut wahrnehmen, wo ein gutes Gefühl entwickeln, einfach wo du in dem Bogen bist, ob du schon die Hälfte von deinem Bogen benutzt hast und so weiter. So, erstmal etwas sehr wichtig, zum Beispiel, wenn du deinen ganzen Ton spielst, das ist immer zu zählen in deinem Kopf. Zum Beispiel, ich habe ein C gespielt, dann ich werde denken, C, zwei, drei, vier, C, zwei, und so weiter. Und dann, weil du das machst, erstmal, du wirst in einem Tempo bleiben können und einen richtigen Rhythmus machen können. Und dann, zweitens, du wirst immer ganz genau wissen, auf jedem Schlag du bist und wo weit du bist, einfach. Das bedeutet, wenn ich C, zwei, drei, vier zähle, gestattet ich, ich werde aufpassen, dass ich beim C erstmal am Frosch bin, dann beim zwei auf die erste Viertel bin, bei drei auf die Hälfte des Bogen und dass beim vier ich bei dem dritten Viertel bin. Eine gute Übung dafür ist einfach, du spielst eine ganze und dann du zählst. C, zwei, drei, vier, und du wirst die ganze Zeit so beobachten, dass du den Bogen richtig aufteilst. So, das ist auch eine sehr wichtige Übung, so machen wir das regelmäßig und wenn du deinen Klang enorm mehr verbessern willst, dann ich empfehle dir, meinen Kurs und die drei Faktoren des Klangs zu machen. Einfach hier klicken, dann du wirst auf meine Webseite weitergeleitet, dann musst du einfach deine E-Mail-Adresse lassen und dann du wirst kostenlos meinen Kurs bekommen. Vergiss nicht, dich auch zu abonnieren und wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke auf gefällt mir und teile es mit deinen Freunden. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit der Geige.